So, also wir fangen jetzt gerade zum Stall, weil ich mit dem Vini einen Vielseitigkeitslager habe. Das heißt Spring, Dressur und Gelände. Und heute ist Dressur und wir sind etwas spät dran, weil es überall Stau hatte. Wie so selten. Wie immer. Und ja, wir schauen uns aber mal, wie es heute mal funktioniert. Und wir beide probieren jetzt mal zu filmen. Ja genau, die Miriam schnell ist am Ende zusammen. Wir filmen da und gucken, dass was Gescheites dabei rauskommt. Wir bleiben. Wir bleiben. Wir bleiben. It feels so good to see you again Gone are the days when we were just friends So, today is the second day It takes a few hours The weather is bad, but I hope it will keep up And we will get the time So, we will put Mira on the cockpit and Julia is ready for the elevator Now we'll put in love and try Tonight We will die 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 Friends And I can't believe we've come this close The fire is getting started, but time just froze And I know that it's been a while Now we're putting love and try Tonight We will die 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 It will die We will die We will die So far zu tun Let s time Und es war eigentlich ziemlich gut, also wir haben viele enge Wendungen geübt und also gerade nicht so hoch, also eher Anfang A war es die Höhe und eher kleine Wendungen und dass das Pferd halt praktisch in der Spur bleibt. Hat auch nicht sehr gut geklappt, obwohl das eigentlich Sachen sind, die der Mini nicht so gut kann, so kleine Wendungen, aber es war sehr gut und ich freue mich schon morgen auf das Gelände. Bis dann! So, wir sind jetzt hier beim dritten Tag vom Vielseitigkeitsjahrgang, ich will jetzt kurz für die Jülda. Wir glauben, die macht gerade schon fertig. Wir haben gerade die Mira auf den Paddock gebracht und jetzt gehen wir mal wieder in den Stall und schauen, was die Jülda so treibt. Eu und ich, wir unified. We'll be right back It feels so good to see you again We'll be right back So guys, it's breakfast We'll be right back Haribo It's 8.46 Uhr And we'll be right back 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 And I can't believe we've come this close The fire's getting started but dying just froze And I know that it's beautiful Now we're putting love into us Tonight We'll be right back 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 Das war's für heute. So, heute war ja der letzte Tag und der Mini war so toll, er ist auf alles gesprungen, er hat das so gut gemacht, er hatte ein bisschen Dampf heute drauf, dann war es so toll, er war sehr flott unterwegs, er war sehr flott unterwegs, aber er hat das sehr, sehr gut gemacht, er ist so sehr stolz auf ihn, und wir müssen jetzt mal schauen, wann wir denn er gemacht hat, dass es ganz lecker kam. So, das war jetzt das Follow Me Around von meiner Schwester, also sozusagen ein Follow My Sister Around, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch mal zu sehen, was meine Schwester so macht, nicht mal was ich mache, weil ich konnte leider ja aus gesundheitlichen Punkten von der Mira nicht mitreiten, und ja, also wir sind super stolz auf den Mini, wie meine Schwester schon gesagt hat, er hat das echt super gemacht, ich war richtig erstaunt, dass er das so gut gemacht hat, und Wir sehen uns noch mal zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.